Frauen und jungen Mädchen müssen in Zukunft mehr davor geschützt werden, dass ihnen solche Dinge widerfahren. Das heißt, sie sollen feiern, sie sollen auch Karneval feiern, aber sie sollen besser vorbereitet als bisher in die Karnevalstage gehen. Es ist immer eine Möglichkeit, eine gewisse Distanz zu halten, die weiter als eine Armlänge betrifft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020